Hallöle, da sind wir wieder in Let's Play Ace of Wales. Mit mir dabei ist mal wieder der Killer Kicks. Der hat auch nichts zu tun. Ja, deswegen versuche ich gerade zu stalken. Zu stalken? Ja, zu stalken. Wo bin ich denn hier gelandet? Achso, das sind Labyrinth, also nichts kaputt machen, damit das hier fair bleibt. Also, das hier ist für mich kein Labyrinth. Doch, hier ist ein Labyrinth. Guck mal auf die Karte. Und ich komme aus meinem Labyrinth-Teil gar nicht raus, sehe ich gerade. Das ist natürlich sehr schlau. Das wäre natürlich jetzt klug von mir, wenn ich hier irgendwo einen Tower hinklatschen würde. Das wäre natürlich klug, aber so schlau bist du ja nicht. Genau, ich klicke da mal einen Tower. Ey, ich sagte, du bist nicht so schlau. Mal zu den goldenen Panzer da, erwartet dich was. Ach, was denn? Äh, ein Geschenk. Hast du mir Kekse gebacken? Ja, hab ich. Oh, Kekse. Oh, Kekse. Ey, da steht ein Tower. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ey, ich fand mich gerade total überlegen. Oh, geil, ich stehe hier oben. Ey, hab ich's super gemacht. Und da komme ich voll hin. Okay. Ja, genau sowas. Freut sich dann meine pinke Festung der Einsamkeit. Oh, du Peller, ey. Jetzt machst du gerade das dicht, ey. Und ich sehe dich. Dein Ernst? Ja. Spaß vorbei. Ich seh das gar nicht ein, dass... dass du mich hier die ganze Zeit kriegst. ich will das doch hier bloß schön bunt gestalten als nur Dein Ernst Junge ja du siehst mich nicht wieso habe ich nicht reingesucht wieso weil du blond bist Lull Lull Bitsch das sollte alles grün werden er ist alles grün das ist nicht grün, das ist hellblau das ist grün du kommst hier irgendwo rum waaat ja alter ich komm da aus meinem Versteck raus ey bin ich ein Arscher ja alter ich treff nicht was wie zum wie zum Henker wollte sie sagen nein wie zum Toten ach so zum Henker wird auch passen jetzt gibt's auch's Maul glaube ich nix doch gibt's du hast du hast mich gar nicht gesehen gib's doch zu nein hast du nicht du kannst das auch nicht beweisen dass du mich nicht gesehen hast gesehen hast Dein Ernst ja ich kann gut ausweichen nein achso ja kannst du hast du aber toll gemacht willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Asos Base wo ich den guten einen Ausbau verpasse ja ist klar das ist aber ne ganz schöne Base ja ganz toll ne hallo guck mal geh mal in die Granate ich will mal wissen was da passiert was passiert denn da ähm alter hier spot man ja immer woanders das ist irgendwie ganz nice gemacht warte mal ne andere Farbe auswählen für den für die schöne Base für die schöne Base für die schöne Base für die schöne Base bumm alter die Base ist wirklich ganz schön krass geworden ja noch wenn man da so drauf zuläuft sieht das schon echt geil aus also jetzt nicht dass ich da drauf zulaufen würde was ich natürlich nicht mache ey jetzt wollte ich grad den Turm weg machen ey und dann ach geh nass ey ist ja echt nicht mal feierlich komm her ich seh dich nein ich sag dir ich seh dich dann seh ich dich auch hallo was die scheiß hat mich doch gar nicht getroffen nö aber aber ja ist doch schön er jeetet Leute ähm ich jeete ja du jeetest jeete jeete du ja genau bin ein sehr großer Jeeter mit meiner GeForce jeete ich Alter lässt mich jetzt wohl hier raus doch doch wenn wie geht's dir denn so alles gut ja ist doch schön ey backt eigentlich deine Oma die Kekse oder du selber was soll rumbacken ne ne ob deine Oma deine Kekse backt oder du selber ähm Wann Oma ach ja ist egal ah alter ja ich geh mal essen da naja geh mal essen also wir das war dann also nur eine kurze Folge wir sind es dann Dillys wieder wenn der Cobalt nicht mehr am Essen äh der Cobalt sag ich schon ok der Killer Keks nicht mehr am Essen ist wir sehen uns bis dahin tschau tschau tschüss guten Hunger